Ja, die muss ja dann unter Wasser sein. Da ist doch sein gesunkenes Boot. Guck mal, hier. Wo muss ich hin? Wo soll ich hin? Hier ist eine Frachtkiste. Das ist bestimmt... Winkel kann ich einstellen. Ja, dreh mal runter. Ich kann nicht runterdrehen, ich kann nur den Winkel einstellen. Hier unten, da. Ich seh's. Warte, ich sag dir, wo du hin musst. Ein bisschen weiter, nee, andere Richtung. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, warte, noch ein Stückchen. Ja, so ist gut. Und dann kletter mal da runter. Hier ist der Dinger zum Runterlassen. Wo, wo, wo? Da. Wo ist da? Direkt vor dir. Du standest richtig. Da, direkt vor dir an der Wand. Ach. Ja, ist eingehakt. Zieh hoch. Geht nicht, oder was? Nee. Warte. Hängt der unten an irgendwas dran oder so? Haben wir eine Waffe dabei? Das geht gar nicht. Ah, ja, warte, warte. Ah, ich hab's gefunden. Warte, jetzt kannst du es hochziehen. Yay. So, und jetzt hier rüber drehen und dann wieder runterlassen, wa? Ja. Also unsere Waffen haben wir noch. Das ist sehr gut. Ja, ja, mach ruhig. Weiter, weiter. Bast. Ah, ja, hier. Werkzeug. Ah, wo ist der Hammer? Ah, der Hammer. Ah, scheiße. Ah, nein. Der Hammer. Den Hammer treffe ich jetzt nicht so weit. Scheiße, wo hab ich den hingelegt? Oh Gott, ich war schon mal ganz hier unten mit dem dämlichen Hammer. Oben auf der Straße. Ja, ja, ich weiß. Ich lauf gerade hin. Geil. Ja, da ist er. Sehr gut. Oh Mann. Oh mein Gott. Das ist bescheuert. Meinige Arbeitskollegin hat mir gerade einen Text geschickt, einen Zeitungsartikel geschickt. Mutter wollte die Kinder als Säugetiere von der Steuer absetzen. Der Schwindel flog auf, als sich Experten der Arbeitsgruppe für Umwelt und Gewerbe die Säugetiere mal ansehen wollten, teilte die Polizei Heilbronn am Dienstag mit. Die 48-Jährige räumte ein, dass sie ihre Kinder meinte und die Gewerbeanmeldung zum steuerlichen Absetzen der Kosten für die Kleinen geplant hatte. Oh, what the fuck? Naja, das sind ja auch Kleintiere, oder? So, nice. Sehr gut. So, hier, Kiste. Danke. Ja, jetzt kommen wir direkt zu dem Typen, glaube ich. Der da vorne, meinst du? Ja, vielleicht können wir jetzt schon da durch, aber ich hätte natürlich schon gerne den anderen Unsinn auch schon auch noch gemacht. Also, wir haben nicht genug von diesen spanischen Dollarn. Die kriegen wir ja vielleicht noch. Nee, pass auf. Die können wir uns verdienen, indem wir dem Koch helfen, weil dann machen wir alle besoffen und dann schlafen die Piraten ein und dann können wir deren ganze Kohle klauen. Hätte ich gesagt. Nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Wir wollen ja jetzt erstmal als Koch rumlaufen, oder? Das heißt, wir brauchen diese Uniform. Ja, aber haben wir denn jetzt vier verdammte spanische Dollar, damit wir die Uniform uns leisten können. Ja. Also, wäre jetzt so eine Idee. Wir können natürlich auch einfach mal mit... Ich rede jetzt mal mit dem und frage nach dem Meet & Greet Ticket. Scheint echt zu sein. Komisch. Ich dachte, wir wären die losgeworden. Hm, nun, da kann man nur eins tun. Da, ich habe dich für die nächste verfügbare Sitzung gebucht. Komm zurück und sprich mit meinen Kollegen, nachdem die Uhr Mitternacht geschlagen hat. Okay, ich komme Mitternacht wieder. Hehe, als ob das in Absibara Zeit passieren würde. Dieser Uhrenturm ist seit Jahren nicht mehr in Funktion. Aha, okay. Also, wir müssen in den Uhrenturm jetzt kommen, damit der zwölf Uhr schlägt. Das heißt, wir müssen so oder so... Alles machen. ...an alles rankommen, ja. Äh, also... Jetzt habe ich mich selber ausmanövriert hier gerade. Ah, ne, ich komme wieder raus, okay. Hahaha. Momentchen mal. Auf Befehl des Gouvernaises sind verdächtige Tränke in allen Formen und Mojo-Magie hier auf mein Millie-Eiland verboren. Dort geschlossen ist. Jetzt geh weiter. Aha. Und was ist mit dir? Komm nicht an die Tüte, Fremder. Es ist nicht mehr Wallys beknackter Kartenladen und somit haben Leute wie du keinen Zutritt, nur Gouverneurswächter erlaubt. Und da ich keine Uniform sehe und du auch recht lebendig aussiehst, scheint mir dies zu bedeuten, dass du nicht wirklich ein Wächter bist. Also verzieh dich. Okay, Entschuldigung. Der hier sagt, wir sollen alle Kisten und überall gucken, alles aufmachen und nach spanischen Dollarn suchen, weil die überall versteckt sein können. Das haben wir ja schon bemerkt. Du warst doch da oben irgendwo mal außerhalb der Stadt, so ein bisschen oberhalb. Bin aber nicht weitergelaufen dann. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Warte, ich komm mit. Ich will mit, ich will mit. Ja, ja. Ich bleib hier stehen und beobachte dich, wie du hier hochläufst. Und ich suche jede Ecke ab beim Hochlaufen, ne? Ja, jetzt gehen wir erstmal ganz hoch, oder wie? Ja. Alter, hört gar nicht mehr auf. Mein Gott, wie hoch geht's denn hier? Ah. Aha. Panische Dollar. Hey, get your sticky fingers off my money. Schleich dich noch nicht zu mir hier. Schau mal da draußen, ich sehe ein Schiff. Ich hab's. Wie hast du das jetzt angestellt? Ich hab gesagt, der soll weggucken. Oh, Mann. Ah, okay, da lang darf ich nicht laufen. Hier lang geht's weiter. Ich wurde gerade teleportiert. Ja, ich auch. Nicey, dann können wir jetzt echt das Kostüm holen. Ja. Cool. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war keine gute Idee. Hast du draus geguckt? Oh, shit, ja. Oh, Mann. Bist du mir hin gesprungen, Alter? Bis ganz nach unten. Ich bin auf dem Schiff respawnt. Ja, hab ich gemerkt. Ja, und ich bin schneller als du. Nein, nicht ganz. Aha. Nein. Jetzt brauchen wir erstmal das Kostüm, oder? Ja, stimmt, genau. Kannst auch den Eintopf fertig machen. Vielleicht mit ein bisschen Lauch und so. Der hat Lauch rumliegen gehabt. Äh, Lauch rumliegen. Lahn wird ausgeheckt. So, jetzt muss ich das anziehen. Das wird das hier sein. Uniform des Kochs. Okay, haben wir an. Wo? Haben wir an? Ich hab sie an, ja. Hab ich an. Du kannst sie... Wie kann ich die... An der Kleidertruhe links. Ah, wo finde ich denn... Jetzt gehen wir zum Koch und dann schauen wir mal, was weitergeht. Gut. Also auf jeden Fall will ich die hier alle besoffen machen. Der hier hat nämlich den Schlüssel. Kann das sein? Ja, der hier hat den Schlüssel. Das wurde mir auch gerade angezeigt. Und die hier haben einen Haufen Geld da liegen. Also wenn die alle einschlafen, das wäre perfekt. Okay, irgendjemand muss aufpassen, dass die Kunden den Grog nicht anfassen. Und wir müssen jetzt den Fleischeintopf machen und das Rezept machen. Aber ich hab da schon einen Hering reingebaut. Ich hoffe, dass... Wir können das irgendwie wegschütten oder so. Naja. Ich mach... Ich verteil gerade... Fleisch. Hier steht Fleisch. Wow. Ah, nee, das passt. Okay. Okay, ne... Hier... Ich hab jetzt hier aufgemacht, aber... Hab ich den Schlüssel jetzt falsch verwendet? Du hattest doch irgendwas gesagt von Lagerschlüssel, oder? War das nicht der Lagerschlüssel? Warum kann ich den jetzt nicht mehr nehmen? Verdammt. Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Du machst jetzt... Du machst gerade den Eintopf, oder wie? Ja. Okay, dann mach du mal den Eintopf. Ich guck mal jetzt in das Lager. Hattest du nicht gesagt, du hast das Lager gefunden? Mit dem extra starken Grog? Nee. Nein. Oh, warte mal. Das ist da oben. Ah, ich glaub, ich hab den extra starken Grog gefunden. Also, ich will da hoch. Wie komm ich da rauf? Läuft's? Nee, die Blume liegt da noch auf dem Tisch. Ja, aber ich hab hier nichts zu malen. Und, äh, die ganze Dose da reingeschmissen von diesen Streuseln. Ein gefangener roter Hering, das trifft sich gut, den hab ich schon hinzugefügt. Lauch auch schon drin. Scheißegal, ich schmeiß die jetzt ganz da rein, ist mir wurscht. Oder? Ja, wenn du kannst, schmeiß es einfach rein. Ja, ich kann's da reinschmeißen. Ich kann auch den ganzen Batzen Fleisch da reinschmeißen. Ja, dann schmeiß den ganzen Batzen Fleisch da rein. Ah, nee. Doch, kann ich auch. Malzbierschmorfleisch. Guck mal. Piratenanführer. Wer will denn überhaupt das Fleisch haben? Mit dem Skelett hinten aus? Will der irgendwas zu essen haben? Nee, oder? Mit der, der musizierende da hinten? Dann gehen wir mal irgendwo hin. Mit dem Braten in der Hände. Gehst du jetzt zu dem Skelett, oder wie? Gibst du das da ab? Wir schützen den Gouverneur jetzt. Rump, 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 rump.